mit ganzen herzen bei der sache so wenn niemand besser geeignet ist du kommst auch her gut einmal zaubern so ein rp-technischer pack so gut ihr beide bitte nach da und ihr beide angriff auf den da und du wirf magisches geschoss auf den so kann das auch passieren wir haben gerade mal hier getötet ohne dass er seine zweite truppe rufen konnte das ist ja fast schon egal es sind nämlich gerade mal sieben erfahrungspunkte für kompolt und ich glaube die skelette geben ja keine erfahrungspunkte also ist das jetzt halb so so genau das skelett gibt gar keine erfahrung wahrscheinlich weil es ein beschworenes skelett ist aber du da gibt es noch erfahrung so genau so was wollt ihr nichts leichter als das unter meiner würde ja gut dann sind das ist noch mal hier ich nimmst alles an dich gett nehmt kannst du willst zu kalli so schmieren kann ruhig mal zu ihr und die beiden sachen auch zu ihr das kann noch zu minsk und da ist noch ein edelstein edelsteine trägt ja hier genau gucken wir mal ob auch was nützliches zwischen dem ganzen berg aus leichen liegt ein gold jetzt soll ich mir erstmal die mondklinge hier ab so und jetzt lese ich sie euch mal vor diese mächtige waffe wurde vor den schmieden des alten büftranor erschaffen mondklingen werden für das auswahlverfahren eines anführers für die insel immer da eingesetzt eine mondklinge wählt ihren besitzer und im fall dieses schwertes hat sie den elfen xan erwähnt nur xan kann diese klinge einsetzen sollte ein anderes versuchen wird er nicht in der lage sein das schwert anzuheben diese besondere wohnklinge vielleicht wie schlacht gern gegen feuer und ein eigentümlicher und sein eigentümer hält einen rüstungsklasse bonus also was sehr schön ist 128 wie jede klinge jedes langschwert schadensbonus treffer bonus kann nicht verwendet werden von jeder außer xan ok dann geben wir xan mal seine klinge die wir da brauchen ich mache vorsichtshalber mal nochmal ein quicksafe dass das nicht wieder schief geht danke dass ihr mir die freiheit gebt freunde denn schon viel zu lange habe ich in diesen düsteren gewölben vor mich hin vegetiert ich könnte mal unhöflich sein wenn das der fall ist möchte ich euch nicht in meiner gruppe haben also das wollte ich nicht alle nochmals vorlesen das ist ja eigentlich dasselbe wer wird er so ausfallend sein ich kehre meine heimat der westkart zurück so deck und die gruppe hat einen gegenstand eingebüßt und tagebuch aktualisiert ich habe ein elf und namens zahn aus dem minasch gekrettet ein ziemlich niedergeschlagener kerl so wie ich auch war er damit ach so wie ich auch war er damit beschäftigt die probleme in dieser gegend unter die lupe zu nehmen werden zusammenarbeiten können aber ich konnte seine art nicht leiden also ja er ist ein ziemlich negativer typ und wenn man den in der gruppe hat erst einmal ist er schlechter als dünner hier dünner hier was die magie angeht so hier haben wir einen absorptionstrang magisches kurzschwert und allerhand magie so kurzschwert identifizieren schriftrolle erkennst du das vielleicht immerhin nein gut dann wie das letzte mal identifizieren reinhauen so jetzt identifizierst du erstmal gehen mit der spruchrolle der geht dann wieder anschauen so die kriegt dann einmal furcht spannen und du das kannst du nicht identifizieren also schade jetzt noch die grenzen spruch wollen die ich hier habe und versuchst du was davon zu übertragen schild kannst du nicht weil schild beschwörung ist das liegt gegenüber der zauberschule genauso herbeirufung beschwörung das kannst du nicht verzauberung bezauberung kannst du auch nicht genau das ist erkenntnis und das ist hervorrufung das hat nicht geklappt also herbeirufung und beschwörung sind was anderes als hervorrufung gut dann können wir jetzt noch die trufe fertig plündern der tod von maler hey wird die ängste der erschreckten bevölkerung von nashkell bestimmt mildern doch euch ist es immer noch nicht wohl der halbork ist zwar vielleicht wirklich für die probleme in der mine verantwortlich doch der eisenmangel ist zu weit verbreitet um allein seine schuld zu sein seine briefe bestätigen euren verdacht und obwohl sie kaum hinweise auf das versteck seiner verbündeten enthalten darf mit sicherheit eine verbindung zu den räubern angenommen werden die zurzeit die küstenstraße unsicher machen ja wir haben das dritte kapitel erreicht sehr gut mal sehen was für briefe haben wir gefunden mein diener malay die kobolde und das mineralische gift das hier angefordert habt sind bereits auf dem wegzeug eure aufgabe besteht darin jegliches erst dass die mine verlässt zu vergiften ihr dürft auf keinen fall eure anwesenheit bei ihnen arbeiter preisgeben sonst werdet ihr von den soldaten der dortigen amnischen garnison belagert meine vorgesetzten haben vor kurzem die dienste der söder der schwarzen krallen und der kalten hand angeheuert also zwei räuberbanden mit der unterstützung dieser soldaten soll es mir möglich sein eisenkarawanen die aus richtung süden und osten in die region eindringen zu überwältigen ich habe keine lust mich mit eisen aus dem min von naschke herum zu ärgern also erledigt eure aufgabe erfolgreich tazok malay hat ja gedacht wir wurden von tazok geschickt und dass wir deswegen einen kopf kürzer machen wollen aber wir sind ja nicht von tazok so was macht dieser trank ne ich wollte diesen tank hier angucken ach so das ist der absorbations trank wird er kann auch bei der reiner spart das platz der schützt vor elektrizität und vor ihrem stichwaffen schmetterwaffen also gegen einen oger gar nicht mal so schlecht und der zweite brief mein diener malahi euer fortschritt im auffallen der eisen lieferung lässt zu wünschen übrig wie dumm müsst ihr sein wenn ihr eure kobolden erlaubt die bienenarbeiter zu töten da eure anwesenheit nun aufgedeckt ist solltet ihr euch vor feinen in acht nehmen den auftrag haben euer tun euer tun ein ende zu setzen ihr habt eine sehr einfache aufgabe und wenn ihr ein weiteres mal eure eignung dafür in frage stellt werdet ihr eure aufgabe entbunden ich werde euch die koper die die jahren gefordert habe nicht senden da ich alle meine truppen dazu benötige die eisen lieferung in dies in diese region aufzuhalten gleichzeitig sehe ich euch mehr vor dem mineralischen gift um das ihr gebeten habt solltet ihr auf irgendwelche probleme stoßen so sendet eine nachricht an meinen neuen kontakt person im bergost sein name ist 30 und er wird sich in feldposts wirtshaus aufhalten tazok ok wir haben schon mal beweise dass hier was nicht ganz koscher war was wollt ihr nichts leichter und wir wissen jetzt wo wir weiter suchen müssen denn jetzt müssten wir theoretisch nach bergost und ich denke mal ab diesem zeitpunkt dürften klingen auch nicht mehr so einfach zerbrechen da würde ich mal sagen nehmen wir den schnellen weg hier raus also den höhlen ausgang hier hinten damit wir nicht noch mal durch die ganze mine stopfen müssen dann suchen wir den weg nach naschke zurück und dann unterhalten sich meine gruppenmitglieder wie es weitergehen soll ich wollte gerade sagen warum hat minsky infravision aber der trägt ja den infravisionshelm ja und ich weiß dass das den frau das sieht man kalit und jahir haben die frau vision und jetzt hat es durch den helm deswegen werden die charaktere alle rot dargestellt nur gruppen infravision haben wir nicht so wo sind wir zeig mal kurz die karte wir sind irgendwo in der pampa weit weg von naschkel das heißt wir sollten uns jetzt direkt auf dem weg nach naschke machen wir sind nämlich der wüsten gegend und man sieht hier wirklich das kobolde hier in der gegend hallo ein einziger gnoll das war nicht viel ist nicht viel des übels aber man muss ja nicht übertreiben wir verschwinden von hier auf dem weg sehen wir einen turm nach naschke dieser turm sieht aber mehr als nur wenig und ein wenig einladend aus der sieht sogar ausland aus und wir sehen sogar eine alte brücke in dieser gegend die ziemlich kaputt aussieht immerhin erinnert sich gerade daran dass das zwei ruinen sind über die sie in kerzenburg gelesen hat 40 stunden nach kerzenburg fast zwei tage gelesen hat und dass wir diese ruinen mit unseren aktuellen erfahrung gut ausrüstung tunlichst meiden sollten vor allem den turm mehr kann sie uns dazu auch nichts sagen also gehen wir jetzt erstmal nach naschke zurück nichts leichter als das und in naschke reden wir jetzt erstmal mit dem bürgermeister beziehungsweise wir gucken mal ob die häuser jetzt offen sind wir haben nämlich immer noch einen grünstein ring der einem bergarbeiter gehörte und der wahrscheinlich verheiratet war also es war wahrscheinlich sein ehring würde ich mal tippen und der eine frau hat die hier wohnt die häuser scheinen aber immer noch alle verschlossen zu sein wahrscheinlich muss der bürgermeister erst entwarnung geben bevor wir hier was anderes machen es hat immer noch eine ganze menge amnischer soldaten nicht unterwegs die kinder spielen umgehen zu müssen ist ganz schön anstrengend fangen wir mal was für kopf gehörte noch ausstehen immer noch nur kommandant brage ja aber der hellpriester hat uns darum gebeten in dem zu ihm zu bringen ich denke mal wir sollten eher das machen als ihn töten und das kopf gehörte kassieren hallo du ihr seid zurückgekehrt es war doch richtig euch zu vertrauen die stadt dankt euch von ganzem herzen berechtigt euch mit freude die voll verdiente belohnung bitte nehmt diese 900 goldmütze für eure mühe das ist schon ein kleines vermögen vielen dank noch mal und das kriere von schwerter der stoff auf dem legenden sind nicht so der bürgermeister zieht sich zurück gegen stadt eingebüßt was haben wir eingebüßt die eine schriftrolle und andere sachen so ich denke mal das behalte ich weil das quest gegenstände sind das ding kann auch verkauft werden du kannst neue pfeile bekommen so und du brauchst es demnächst mal neue schleuderkugeln ich ich in in ich Vielen Dank.